Der versteht echt einiges, also auf deutsch... Was ist das denn? Hast du was davor? Oh nein! Jetzt warte mal ab, jetzt warte mal ab, jetzt warte mal ab. Guck mal, wenn ich jetzt hier Elixier-Golem-Dwarf-Duell an die Brücke bringe... Junge, wie... Komm! Kann mir einer sagen, wie krass... Oh mein Gott! Hey Leute! Wir haben heute ein Elixier-Golem-Dwarf-Duell gegen Big O gemacht. Das Ganze läuft eben so ab, dass der eine eben die Karten für den anderen auswählen darf. Und dann geht es eben darum, wer am Ende mehr Siege in der Challenge schafft. Ist immer ziemlich witzig, die Gegner fällen ziemlich rein, man selber fällt eben auch ziemlich rein. Und ist eben ziemlich schwierig. Und zu Big O eben allgemein, der hat einen Top-100-Global-Finish, Platz 85 der Weltmarkt-Finish. Ist allgemein ziemlich krasser Friedhochspieler, vor allem ist ein deutscher Top-Spieler. Und ist vor allem ziemlich unterhaltsam und Toxic drauf teilweise. Und ich würde sagen, war eine krasse Challenge, war vor allem sehr unterhaltsam. Und euch viel Spaß mit den Highlights. Beide 4-0, bis jetzt sind die Gegner irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen ungetrückt. Vor allem war der Blitzzauber. Blitz. Ok. Selb oder Rakete. Rakete. Ja, kann ich leben. Eismagier oder Holzfäller, ist geil. Eismagier. Ja, schon. Skami oder Feuergeister. Feuergeister. Oh ne, ok. Das war zum Ende hin, war es dann nochmal nicht so geil. Hallo Buchmacher. Junge, dein Emote-Speak ist so geil geworden, Buchmacher. Ey, ich hab ihn jetzt als Profilbild bei der Twitter, musst du wissen. Richtig geil. Das wäre mit abgestimmt. Ich hätte dafür gesorgt. Das wäre auch mitgeholfen. Ja, ich wäre auch so ein Emote. Ey, der hat einen echter, extra irgendwie selber gezeichnet, ne? Das wäre schon krass. Ja, ja. Der hat gezeichnet auch noch. Verrückt. Ja, ich weiß auch echt nicht, wie sowas sonst gehen soll. Keine Ahnung. Ja, doch. Sowas gibt es. Also es gibt halt so Programme, mit denen man da wirklich so nice zeichnen kann. Es gibt da wirklich so einen richtigen Künstler. Also wirklich so komplizierte, so eine Da Vinci-Künstler, die man das am Pitcher künstelt. Ja. Ey, schau mal. Oh, was ist das denn da? Nein, Drachenbaby. Nein, nein. Oh mein Gott, ich bin hier. Oh mein Gott. Was machen sie da? Kann mir einer erklären, wieso der Trau... Was? Was hab ich da gemacht? Stopp mal. Ich verliere jetzt nicht ernsthaft, oder? Okay, der Sepp war jetzt nicht so gut für ihn, aber... Nein, 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 nein. Die gehen jetzt zurück, oder? Oh, nur einer. Okay, einer geht drauf, immerhin. Okay, resetet nochmal. Okay. Oder du kriegst das Elixier. Das ist halt der Scheiß. Ja, aber trotzdem. Was heißt das Elixier? Er fehlt 1-0 und ich werde jetzt auch keinen krassen Contra-Push haben. Oh nein. Ich glaub ich verliere es gerade. Jetzt ohne Bits. Der überlebt auch nicht, oder? Nein. Ja, das ist ein Skam, ja. Oh nein. Schau mal, ich verliere es halt wirklich. Was mache ich da? Ja. Ich spiel ja hart scheiße. Alter, Jonas. Oh mein Gott, nein. Alter, der ist erstmal geslowed vom Ice Magi und dann auch noch Triple Stunt. Nice. Ja, das war nicht schlecht. Also den Holzfehler fand ich ganz gut nochmal von ihm. Aber stopp mal, ich werde es halt echt verlieren. Das Ding ist halt, ich kann auch eigentlich keinen Lava richtig reinbringen. Dann krieg ich es halt nochmal so eine Schelle. Ja, ich versuch's jetzt trotzdem nochmal. Okay, Jonas. Nice. Oh mein Gott, wenn ich das jetzt verliere direkt. Ist ja direkt das 4-1. Geh mal aggressiv. Hallo, Willy. Ne, ich bin entfernt. Oh. Der macht das gut. Das ist richtig gut. Er hätte doch auch eine Horde gehabt. Ja, ich weiß. Ich hab Kopfhörer rausgefangen. Komm, jetzt ist eine ganz solide Horde. Ich meine schlecht, das war schon... Oh mein Gott, das sind wirklich... Ja. Da gehe ich ganz konform. Da gehe ich ganz konform. Nice. Oh mein Gott, let's go. Komm. Schönes Gelderarmee. Kann man machen. Gutes Garmie. Surrounded den Lava und einmal. Wer weiß, wie's geht. Das ist kein Problem. Stopp mal. Okay. Jonas, also... Warte mal ab, warte mal ab, warte mal ab. Der Lava und Tank ist, oder? Ja. Seh dir alles. Seh dir alles an. Seh dir alles an. Seh dir alles an. Ich hab ihn voll im Griff. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ich sag's dir. Ne, ich glaube er hat dich. Obwohl, du hast ja zwei große Zauber, ne? Achso, stopp mal. Oh mein Gott. Warte jetzt mal. Ich warte. Keine Sorge. Danke dir. Schöööö. Ne, der war nicht so lieb. Nimm's zurück. Warte mal, warte mal, warte mal. Du hast zwei große Zauber. Ich krieg ihn jetzt noch. Ich krieg ihn jetzt noch. Ja, du hast doch ne Rakete, oder nicht? Einen Schuss noch. Täusch ich mich da. Ja, ich hab ne Rakete, aber es bringt mir jetzt gar nichts. Ja, jetzt nicht mehr. Der Typ hat das in den Sand gesetzt. Der hat das so was von in den Sand gesetzt. Warte mal, warte mal, warte mal. Muss erstmal die Dings down kriegen. Oh mein Gott, ich hab jetzt so viel. Elixier. Ich weiß, ich krieg ihn jetzt. Ja, jetzt noch ein Royal Giant dahinter. Let's go. Ich hab ihn. Oh mein Gott. Oh, als ob ich das noch gewinne. Junge, ich dachte schon, er hat mich. Oh, doppelt entfernt, doch. Er selbst. Kann er machen. Ja, das ist so ein GG. Das sieht man halt, ne? Also, ich bin echt froh, dass er den Elixier-Gulum gehabt hat. Das hätte ich erst verkackt. Der Anfang war so schlecht von mir. Egal, nice. Okay. 5-0. Geht doch. Alles easy. Oh mein Gott. 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 Wie gut. Ich nehm alles zurück. Nein, ich lauf in der Hexe. Oh mein Gott. Alter. Ich verliere glaube ich gerade echt das Spiel. Alter, Jonas. Ich verliere. Jetzt gib's ihm noch das Elixier. Alter, Jonas. Jetzt warten wir ab. Jetzt warten wir ab. Sei still. Alter. Benutz einfach der Mega-Retter. Jetzt die Chance. Jetzt würde ich ihn reinhauen. Sei still. Junge, du trögerst mich grad so hart. Ich hab verloren. Bei Kyure. Feuerball. Ja komm. Defensiv Elixier-Gulum. Oh mein Gott. Ich hab verloren. Ich weiß auch nicht. Junge ey. Was war das denn? Kein Eisgast? Kannste ja gleich machen. Eisgast. Ja, hätte ich auch gemacht. Also, um mich zu zerstören. X-Bogen oder Rascals? Rascals? Komm. Oh Mann, Jonas. Du hast X-Bogen geübt, hast du vorhin gesagt. Wallbreaker oder Hog? Hog. Ach, Jonas. Rakete oder Schneeball? Komm. Schneeball. Ohne Spaß. Das hast du so schlau gepickt. Das war richtig schlau. Könntest du mal schreiben. Oh. Ja, das sieht aber nicht so gut aus. Was ist da los? Ich hab verloren. Ich hab verloren. Ja, gegen Hexe. Gerade eben noch. Setzt doch den Megaretter. Megaretter. Hallo. Setz ihn doch ein. Du hast ihn doch, oder? Hey, setz ihn doch. Megaretter. Ey, da ist alles am Tor. Megaretter. Mach ihn doch. Ey. Also, das ist aber echt verkackt. Also, ich verstehe nicht, warum du Megaretter nicht einfach gesetzt hast. Schade. Ach du weißt. Ah, nächste Hexe. Tut mir leid für dich. Ich glaube, er hat mit mir auch nicht so viel bringen. Der killt die Hexe nämlich nicht. Wusstest du das? Wusstest du gar nicht? Der kann die Hexe gar nicht killen. Der Eid blieb uns aber. Schade eigentlich. Ja, schade. Was passiert auch? Ey, das tut es schon gut gerade, nachdem du mich gerade eben so getriggert hast. Ich hab noch. Ich hab noch. Oh nein. Oh, wie dumm. Weißt du gerade eben, er hätte einfach ein Elixiergoner an die Ecke setzen können. Wie schlecht war das denn bitte? Nein, nein. Oh, okay. Vorbei. Oh, wie schlecht aber trotzdem. Junge, wie schlecht. Er hätte gerade eigentlich gewonnen gehabt, ne? Wenn ich den an die Ecke gebracht hätte. Er macht's trotzdem. Er macht's gut. Oh, pass auf! Da ist eine Hexe an deinem Turm. Die würde ich aufpassen. Oh mein Gott, das wird so spannend werden. Oh, die Next. Er macht das halt so geschickt, ne? Ist dir schon mal aufgefallen, er spielt nur die Hexen? Mhm. Da spielt nur die Hexen. Mhm. Du bist so still. Sagst du gar nichts? Was sagst du im Match? Sag mal was. Ich muss mich konzentrieren. Nee, musst du gar nicht. Ich will nicht so wie du ablosen. Ja, das stimmt. Ich hab ein bisschen, ich hab ein bisschen, ja, ich hätte auch echt keinen Walk mehr über dem Match dann. Mach was, mach was. Hallo? Oh, das war... Ob das eine gute Entscheidung war? Also an deiner Stelle würde ich zumal überdenken. Ja, ich hab verloren, okay. Okay, nice. Sehr gut. Das hat alles gut getan, muss ich sagen. Sehr schön. 7-1. Das Match, vergessen wir. Skami oder Mega Lakai? Skami. Skami. Find ich gut. Lakai oder Wächter? Hm, Wächter. Nichts gegen Luft. Hexe oder Spielgops? Spielgops, Alter. So ein günstiger Steak, das gefällt, ne? Schweine, Königsschweinchen oder Ballon? Hm, Alter, du hast nichts gegen Luft. Nimm die Königsschweinchen. Mach's? Nein, oh mein Gott. Hättest du den Ballon, beides wär gut gewesen. Weil mit dem Ballon wärst du in seine Lufttruppen immer reingerannt. Aber andererseits hast du auch keine Lufttruppen gegen seinen Ballon. Also profitier von beidem sozusagen. Ja, geil. Weißt du, wie ich aber die Hexe ihm geben muss? Ich hab nichts gegen Luft. Ich hab noch Kobolde und Barbaren fast. Ich hab Rakete zumindest. Oh mein Gott, der noch abhauen. Ja. Alter, du hast so viel Cheap Spam. Das ist nice. Ja krass, nice. Vor allem gegen Hexe. Find ich's richtig geil. Ja. Oh mein Gott, nein. Ich auch. Nein, 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 nein. Wenn du jetzt noch ein Zap spielst, kann sein. Wie jede Spitze ist ein Zap. Alter, jetzt so einen geilen Mega-Ritter. Oh, nein, 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 nein. Ist nicht in die Hexe. Jetzt. Ich glaube, das war dumm. Oh mein Gott. Solider Typ. Oh, Jonas. Ich glaube, dass du ein bisschen Robux sind, oder? Den geh ich nicht so konform mit. Jetzt warte mal ab. Ich hab Schaden gemacht, aber irgendwie... Ich hab eine Skami, ne? Ja, Jonas. Der wird dich auf jeden Fall ausnehmen wie so eine Weihnachtsgans. Junge, das Ding ist halt echt... Ich habe nichts gegen... Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt warte ab, jetzt warte ab. Nicht zu früh, Freund. Nicht zu früh, Freund. Ja, was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Das ist doch eigentlich ganz solid noch gewesen. So halbwegs. Ich glaub, der Typ gewinnt das. Ich glaub auch. Okay, er kriegt den Turm noch gedefft. Er kriegt das Elixier. Hm... Ah, wird genug Elixier. Jetzt ein guter Tornado. Jetzt ein guter Tornado. Er kriegt's nicht gedefft. Er kriegt's nicht gedefft. Ist zu dumm. Er kriegt's nicht hin. Er kriegt nichts hin. Doch, Tornado. Ja, ja, ja. Dumbo. Einfach Dumbo, dieser Elefant. Hä, Dumbo? Wieso Dumbo? Was sehe ich jetzt nicht? Aber egal. Weil das Wort Dumbo im Namen drin steckt. Er ist einfach kurz ab. Was heißt das für eine Rakete? Wenn ich treffe? Ja. Ja, war gut. War gut. Ich hab' ich gewinnen das. Ich bin zu krass für den Gegner. Eindeutig. Schau mal, wenn er jetzt einen Ballon in die Brücke spült, das mach' ich dann. Was? Ja, ja. Er macht's okay. Weißt du, was ich jetzt mache? Das. Oh nein, 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 nein. Nee, das ist gar nicht. Das ist trotzdem gut für mich. Weil das Ding ist, ich weggewollte. Jo. Was sagst du? Ich glaub, er gewinnt das. Okay. Ja, das kann immer noch sein, ne? Aber ich glaub's nicht. Es gibt ja noch viel nix hier. Er hat noch eine Karte auf. Jetzt kommt so Megaritter. Weiß ich. Der läuft voll. Er läuft voll. Toll. Du hast ne Rakete. Komm. Misch 080. Denk dran. Er hat ne Rakete. Ja, okay. Die werden nicht gut drauf. Ich weiß. Ja, das wird auf jeden Fall ein Hit. So wie... Ja, pass mich hier zu sagen. Danke, ich weiß es. So wie die Songs von den Beatles. Nice. Ey. Das ist schon ein bisschen erblich, was du die ganze Zeit mit Bullshit laberst. Warte ab, jetzt warte ab, jetzt warte ab. Was sagst du jetzt dazu? Oh, bitte krieg's. Nein. Oh mein Gott. Stopp mal kurz. Jonas. Junge, wie... Komm. Kann mir einer sagen, wie krass... Oh mein Gott. Hals, Maul. Hals, Maul. Jetzt warte ab, jetzt warte ab. Er hat verloren, oder? Nee. 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 Also den Typen habe ich schon gefeuert, muss ich echt sagen. Jonas ist einfach zu gut. Das ist das Ding. Dann leg mal los. Jonas ist einfach zu gut. Pumpe oder... Du willst? Pumpe. Finde ich eigentlich schon in Ordnung. Pfeile oder Schneeball? Pfeile. Auf dich ich Pfeile heute spielen musste. Das ist gar keine Worte mehr. Eisgibster oder Feuergeister? Feuergeister. Ja, ich find's echt nicht geil. E-Tragon oder Magic Archer? Oh. Oh. Magic Archer. Finde ich gut. Danke. Ich mach mal sowas. Das ist no joke. Ich glaub das kann gut sein. Also wenn er jetzt irgendwie einen Mini-Packer hat, Alter, dann feier ich das doch richtig. Nein, wir... Oh mein Gott. Jetzt... Rufen zum Beispiel. Das ist doch ne gute Idee. Okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Scheiße. Ich hab die Pfeile jetzt nicht bereit. Genau das war grad das Problem. Nein! 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 Ich muss immer noch Pfeile werfen, ne? Ich bin so bescheuert. Oh mein Gott. Ich verliere das, ne? Was sagst du? Bist du sparlos? Okay. Nächste Pumpe. Junge. Hallo? Weißt du nicht? Ja, warst du weg gerade? Ja, oder du? Ich weiß es nicht. Nee, du warst weg gerade. Auf jeden Fall. Okay. Oh mein Gott. Ich werd verlieren, ne? Ja, ich glaub auch. Das kann nicht wahr sein. Ich will nicht verlieren. Okay. Äh, Jonas, schick dir dann alle Daten an. Ja, jetzt warten wir ab. Ja, jetzt warten wir ab. Dass du dich dann eintragen kannst. Ja, jetzt warten wir ab. Oh mein Gott, nein. Die nächsten zwei Wochen kommen keine Videos. Nein, mega, der kann mit wegsterben, ne? Oh mein Gott, ich spiele aber auch so hart. Scheiße gerade. Aber was soll ich denn machen gegen seinen Magier? Seid ihr das an? Ja, was sagst du dann so in dem Matchup, der die Zielgolem? Der war schon dabei. Ach so, okay. Dann haben wir ein anderes Spielbogen. Ja. Ne, ich will nicht so gemein zu dir sein, weil... Ja, ich muss grad, ich muss mich anzentrieren, deswegen. Ne, ne, weil ich dann sonst auch verliere. So wie die letzten. Jetzt warten wir ab. Jetzt warten wir ab. Jetzt warten wir ab. Guck mal, wenn ich jetzt hier Elixiergolen an die Brücke bringe. Oh, oh, oh. Jetzt wird aber, jetzt wird ja aber, jetzt wird ja interessant. Jetzt wird's noch interessant. Guck dir das mal an, guck dir das mal an. Ja, 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 ja. Guck mal, zieh'n Eisgolen an. Zieh'n Megalocker. Ja. Guck mal, nächste Elixiergolen im Druck zu machen. Jetzt warten wir ab. Jetzt warten wir ab. Vielleicht muss man die Niere doch nicht spenden. Oh, nee. Oh, nee. Alter, Jonas. Ey, du musst aber schon zugeben, der Elixiergolen. Oh mein Gott, was ist das denn? Also Jonas, wie gut du auf einmal spielst. Seht ihr dir an, wie ich alle aussehen? Wie das aussieht? Ja, Mann. Yes. Akete oder Schneeball? Schneeball. Hätt' ich auch genommen. Gards oder Kobold Gang? Gards. Okay. Ah ja, nee. Golem oder Elixiergolem? Elixiergolem. Okay, jetzt noch ganz schnell. Sparky oder Lakainhole? Lakainhole. Oder? Oh mein Gott. Also Sparky ist halt schon mal richtig rein. Hab' ich Bock drauf. Ja. Der Driese. Oh mein Gott, was macht der da? Ich hätte die Lakainhole vielleicht geschrieben. Oh! Jetzt warten wir ab. Hast du was davor? Oh! Nein! Die Hexe! Nein! Das war aber ein kleiner Fehler von dir, würde ich sagen. Das hätte ich an einer Stelle jetzt eher nicht so gespielt, glaube ich. Jetzt warten wir ab. Ja. Ich auch nicht. Egal. Ein Hit. Ja, oder? Zwei. Es sind sogar zwei, oder? Okay. Die Hexe. Die One-Hit ja eigentlich. Ja, ich weiß. Also ich muss schon sagen, damit kann man schon arbeiten, oder? Mit dem Schaden. Was sagst du? Hätte die Hexe den nicht gewone-hitted. Ich weiß. Hexe ist krank. Absolut. Okay, let's go. Komm, bringen. Ja, ja, ja. Ich habe ein gutes Gefühl in meinem Match. Oh, er weiß wie er spielt. Muss ich das an? Ich glaube. Ich glaube, es schafft er locker. Das kann doch nicht sein, dass wir nacheinander immer verlieren. Was heißt nacheinander? Ich habe noch nicht verloren. Das stimmt. Du hast gewonnen. Nein. Nein, nein. Ich habe noch nicht verloren. Oh mein Gott. Ja, ich kann nichts machen. Ich muss es durchlaufen lassen. Also, auf der Seite. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, das tut schon gut, Raps. Ey, der Executioner. Oh mein Gott. Ich bin so gut gepickt. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh mein Gott. Oh, okay. Das war jetzt wieder ein bisschen alternativ. Oh Gott, was war das denn? Ich bin komischer. Oh nein. Also, jetzt hast du echt noch eine Chance, ne? Also, das war jetzt wieder... Ja, gut. Die Hexe war vielleicht gar nicht mehr so... Oh, die Hexe war wichtig. Alter, war das wichtig. Also, der Schneeball war nicht so gut, oder? Ich weiß nicht. Hätte ich an deiner Stelle nicht gespielt. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ja, ich weiß doch, was ich erst gemeint. Oh komm. Mach mal den Jojonas. Ah, ich glaub das ist gar nicht schlecht, wer das macht. Jetzt muss er irgendwas machen. Oh, irgendwie die Hexe. Die Hexe ist halt die OP-ste Karte im Spiel. Die Hexe ist so gut. Das ist pure OP-niss. Verrückt. Ne. Das ist geil. Ja, verrückt. Ja, nichts zu machen. Junge, dein Deck war eigentlich gar nicht schlecht. Aber sein Deck ist halt eigentlich... Also, es geht ja fast nicht besser. Alter, Hexe, Sparky, Riese, Magic Archer. Er hat zwei Karten nicht mehr gespielt, ne? Stark gespielt für die wirklich kranke Gegner. Gucken. Ich muss mal nachlegen. Also, wenn wir jetzt echt... Als wäre jetzt echt witzig, wenn wir jetzt beide verlieren würden nacheinander. Mal schauen. Wie gerade, eh wie vorhin. Ja. Valkyra, Icegolem. Ich hab ein gutes Gefühl, ich gewinne. Icegolem. Icegolem. Rakete oder Babanfoss? Babanfoss. Mal machen. Babanfoss. Willerreiterin oder Ballon? Willerreiterin. Okay. Icegeist oder Goblin Gang? Icegeist. Icegeist. Der Typ sieht auch nicht so solide aus. Ich sag, im nächsten Game spielst du gegen Sergium Goblin, dass ich das. Hä, was? Wie kamst du jetzt da drauf? Keine Ahnung. Hast du Kontakt zu ihm? Ja, die snipen dich jetzt. Der war auch einmal im Discord mit dabei. Mit den Aufweisen. Ah, okay. Das war auch ganz cool. Also, das ist echt krass. Der versteht echt einiges. Also auf Deutsch. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Hä, was denn? Wieso denn? Wieso soll er doch nicht frosten? Lass ihn doch. Verstehe ich jetzt nicht. Was hast du denn für Probleme? Ohhhh. Ohhhh. Also, hä? Das macht halt wirklich absolut gar keinen Sinn. Das hab ich schon nie gesehen. Der hat den Frost gecycelt auf den Icegolem. Hä? Ich verstehe nichts mehr. Junge, der hat bestimmt ein paar Sojal, ne? Auf das ich freigekauft haben muss, dass er jetzt hier gelandet ist. Alter, ich glaub das ist schon seit heute Morgen dran. Seitdem die Challenge hier rausgekommen ist. Junge, ey, ich verstehe es echt nicht. Also, das ist echt echt echt. Ich glaub, er ist bisher nur dadurch weitergekommen, dass die Gegner einen Disconnect hatten. Das kann gut sein. Das kann echt gut sein. Oh, das war gut. Sitzt du denn heute Morgen dran? Hat er getroffen? Ich glaub nicht, oder? Ich glaub er nicht getroffen. Du und die Backup hatten getroffen. Also, du hast es gut für mich. Ich könnte es reingehen. Oh mein Gott. Junge, ist so gut. Er ist so gut. Boah. Oh mein Gott. Warum krieg ich nicht so einen? Ja. Das ist ein gutes Spiel bisher, muss ich echt sagen. Jetzt hier noch einen Schneeball drauf. Guck mal, Jonas. Du hattest den Disconnect. Du hattest den Kollegen. Ja, ich weiß. Ich bin's fair. Ja, okay. Ich krieg so einen Schwitzer mit Sparky Golem. Okay. Die Sache ist die, ne? Du musst es auch gewinnen, weil... Also, ich hab jetzt vorgelegt und du darfst ja nicht rausfliegen, ne? Sonst bist du ja... Also, wenn du jetzt verlierst, dann bist du raus. Das wär schon schade. Das wär schon sehr schade. Ja. Ich werd nicht verlieren. Okay. Lass uns nichts einfach machen. Ich geh jetzt einfach hier rein. Mit Bodenschutz und so weiter einfach. Aber, ist mal ganz ehrlich, auch wie ich den Alex Sego nun spiele, der ist doch heftig, oder? Was soll ich wirklich sagen? Pass mal auf, der Typ friert jetzt dein... Achso. Ja, ich weiß es nicht. Ja, irgendwie ein. Aber disrespektlich. Ich erklärt nicht meinen Turm, doch. Ich erklärt einen Turm, schade. Schade. Oh, gut. Dann leg mal los, ne? Stimmt. Ich hab mich so entspannt zurückgelehnt. 12-2. Ich stehst du. Ich stehe 13-1. Ja, okay. Schneeball, Erdbeben. Schneeball. Hoffentlich hat er das keine Gebäude. Mauerbrecher, Koboldfass. Koboldfass. Schade. Eisgolem, Speargoblins. Speargobz. Okay. Ritter oder Prinz? Ritter. Ja. Das wird was. Okay. Habe ich ein mittelsolides Lockbait-Deck. Aber du hast echt ein 1-Lockbait-Deck. Hoffentlich hat er irgendwas dagegen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe verloren. Ich glaube halt irgendwie... Das ist gar nicht so schlecht. Das dachte ich mir auch gerade. Weil die Flugmausstehen ist halt krank. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Welche hast du dafür? Das muss kommen. Ne, das... Wie hat der Eiswagen überlebt? Wie hat denn der überlebt? Er hat doch einen Schneeball, oder? Oder sowas. Was ist nicht wichtig. Trotzdem. Du hast echt ein bisschen Lack gehabt gerade. Also es hätte schlimmer laufen können. Das ist ruhig. Oh mein Gott. Der Ritter hat so Ehre gemacht. Mit der Ritter einfach. Er hat einen Hex. Ah, die läuft weg. Ach was. Hallo? Oh je, ne. Oh, da Schneeball. Hm. Das war so unnötig. Der Turm ist weg, oder? Ne, nicht ganz. Oh je, je. Das Hallo hat mich gerade so erinnert an dieses eine Video. Weißt du noch, wo du Hallo gerufen hast am Ende? Äh, ich weiß noch. Wo jetzt das Match noch gewonnen hat. Das war so. Ja. Ja, hallo sag ich echt oft. Ich weiß auch nicht warum. Vor allem irgendwie. Vor allem im Stream mit dir. Ja, hallo. Mach ich da. Mach ich da. Mach ich da. Mach ich da. Hast richtig Angst. Angst. Du musst Angst kriegen. Ich hab hier keine Angst. Ne, ich hab mir das voll nicht gefallen. Ne, ich hab mir das voll nicht gefallen. Ich lehme mich entspannen. Ich spiel's aber schlecht. Elixier-Rolle spielt man auch nicht nach hinten. Der spielt mal aggressiv in die Brücke. Ja, aber ich hab halt nicht. Ja, ok. Mal schauen, welcher ist vielleicht. Deswegen ist er halt halt die OP-Hexe. Das kann schon werden. Ich glaub ich hab verloren, ja. Hoffen wir's. Also wenn er jetzt irgendwie nen Feuerball hat oder irgendwas, dann hab ich auf jeden Fall. Oh, nächster Elixier. Komm. Ich glaub das hab ich verloren, ja. Nein, nein, nein. Ja, aber der Typ hat da schon souverägen gespielt eigentlich. Junge, sein Deck aber. Hexe, Prinz, Elixier. Alter, das ist zu krank. Also kannst du auch echt nichts machen. Ich hab's direkt gesagt. Ich kann halt diesen riesen Push nicht stoppen, ne? Nee, du kannst nichts machen. Absolut nicht. Das ist absoluter Hard-Konto. Du hast nur so kleine Spam-Truppen, keinen großen Zauber. Du kannst nichts machen. Jo. Geiler Abschluss, oder? Schade, schade. Ja, also insgesamt muss man schon sagen, war ein geiles Duell. Auf jeden Fall. Du hast angefangen mit den Provokationen und es hat eiskalt zurückgeschlagen. Das kann man.